Optimaler Massentransport und Krümmung, Entropie. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und sind alle gespannt. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass auch die Mathematik einen Beitrag leisten sollte, wenn es um die Rolle der Entropie geht. Und ich kam dieser Einladung gerne nach, weil Entropie in meinem wissenschaftlichen Arbeiten wirklich eine zentrale Rolle spielt seit vielen Jahren. Gleichwohl ist es für einen Mathematiker sicherlich etwas schwieriger, hier so ein gemischtes Publikum wirklich zu faszinieren oder zumindest auch ein bisschen zu unterhalten. Das wird auf verschiedenen Levels gelingen. Also bei manchen ist es vielleicht so, dass er etliches mitnimmt. Manche nehmen weniger mit. Ich hoffe, dass jeder ein bisschen was mitnimmt. Der Vortrag setzt einiges an Mathematik voraus, ein bisschen mehr als Schulmathematik. Aber ich hoffe auch, dass diejenigen, die kaum mehr als Schulmathematik haben, zumindest eine gewisse Intuition bekommen. Ich versuche doch so ziemlich alles auch anschaulich zu erklären. Zumindest ist das mein Vorsatz. Weitere Vorbemerkungen. Ich werde auf Deutsch vortragen. Meine Folien sind auf Englisch. Es sind, glaube ich, auch einige nicht deutschsprachige jetzt im Auditorium. Und es gibt auch natürlich ganz praktische Gründe, warum die Folien nicht auf Deutsch vorhanden sind. Okay. Ich beginne zunächst mal, vielleicht das auch noch als Vorbemerkung, bevor wir hier anfangen, viel zu lesen. Der Vortrag wird im Wesentlichen drei verschiedene Themenbereiche anschneiden. Zunächst mal werde ich ein bisschen über die Rolle der Entropie in der Stochastik sprechen. Das ist sozusagen das klassische Gebiet. Ein riesengroßes Gebiet, ganz zentral. Also in jeder Stochastikvorlesung kommt früher oder später Entropie vor. Das hat aber natürlich auch dann eine ganz natürliche Brücke zu den Vorträgen, die in der Informatik oder zu den Anwendungen, die Sie aus der Informatik kennen, die Sie aus anderen Teilgebieten kennen. Und dann möchte ich Sie aber hineinnehmen in zwei Richtungen, die wirklich sehr neu sind. Also eine Bedeutung der Entropie in der Analysis, in Partiellen Differenzialgleichung, die erst um 2000 herum entstanden ist. Und dann eben am Ende noch eine Anwendung von Entropie in der Geometrie, was erst um 2006 wirklich aufkam und was eben auch in Filzmedaillen und solchen Sachen dann sich niedergeschlagen hat. Aber das erfordert natürlich dann, ich habe es schon zu einigen Kollegen gesagt, dann muss man natürlich auch ein bisschen schmerzbereit sein, also wenn man dorthin kommen möchte. Fangen wir mal sozusagen mit den klassischen Themen an. Entropie und Wahrscheinlichkeit. Und Entropie ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie ein Grundkonzept, das beschreibt, ob ein System in Gleichgewicht ist. Also stellen Sie sich so ein ähnliches System vor. Ich habe das jetzt mal als Zustände 1 bis 6 benannt. Das sind einfach die Ergebnisse vom Würfeln. Das ist so ein typischer Fall. Und dann können Sie sich zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen vorstellen. Unter Wahrscheinlichkeitsverteilungen stellen wir uns einfach einen Vektor vor, der den Werten 1 bis 6 irgendwelche Zahlen zuordnet. Und der sozusagen Ferienwürfel gibt jedem Ausgang die Wahrscheinlichkeit ein Sextel. Und dann können wir uns natürlich irgendwie auch einen Würfel vorstellen, der niemals auf der Sext landet und dafür die 1 und 2 öfters produziert. Ja, also wenn Sie nach einigem Glas Bier vielleicht mit irgendwelchen Freunden würfeln, scheint es so zu sein, dass der Würfel, den Sie bekommen, immer so aussieht. Und ja, was würde man gerne machen? Man würde gerne ein Maß dafür haben, ob so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung weit weg ist von dieser. Und das liefert dann eben schon die Entropie. Entropie funktional nenne ich dieses besser, denn hier werden wir immer aufs Minuszeichen verzichten. Also aus der Physik kennen Sie das natürlich immer mit dem Minus vorne. Da kann ich einfach nicht anders, das ist bei uns eben mit Plus. Das heißt, bei uns nimmt die Entropie ab, wir versuchen ins Minimum zu kommen, in der Physik geht sie nach oben. Das müssen Sie einfach sprachlich und gedanklich hier zusammenbekommen. Nach wem diese Entropie benannt wird und wie sie genannt wird, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Konzepte. Das Einfachste wäre, von der relativen Entropie zu sprechen. Wolfgang, Boltzmann, Shannon sind natürlich auch prädestinäre Namengeber zusätzlich zu Clausius hier sicherlich und auch unter dem Namen Kulbach-Leibler-Divergenz ist es bekannt. Das heißt, wir haben hier diese Funktion Rho log Rho, in der wir Q einsetzen. Um genauer zu sein, wir setzen den Quotienten ein von Q durch P und multiplizieren das mit dem P, wobei das P, das da hier hinten stehen könnte, mit dem P, was hier im Nenner steht, sich wegkürzt. Also deswegen ist die Formel hier etwas verkürzt, sozusagen, wenn wir es als Summenformel schreiben. Und was wir feststellen, ist immer, dass diese Entropie nicht negativ ist. Und da würde ich Sie schon gleich mal in so einen kleinen Satz der Mathematik mit hereinnehmen. Also das ist unser erstes Theorem, was wir heute lernen. Die Entropie ist immer nicht negativ in dieser Formulierung. Und warum ist die Entropie nicht negativ? Also wir schreiben die Entropie als eine solche Summe. Das heißt, das ist ein gewichtetes Mittel von solchen Werten der Funktion Phi, wobei als Funktion Phi ich die Funktion R log R definiere. Und Sie sehen hier so einen kleinen Plot der Funktion R log R, die ist konvex. Das ist entscheidend. Also nicht nur irgendwie schöne Potenzen sind konvex, sondern auch R log R ist konvex. Und wenn Sie ein gewichtetes Mittel einer konvexen Funktion nehmen, dann bekommen Sie immer mehr, als wenn Sie die konvexe Funktion von dem Mittelwert nehmen. Das macht die konvexe Funktion aus. Der Mittelwert von konvexen Funktionen ist größer als die konvexe Funktion in der Mitte. Und das ist diese Ungleichung, also es ist größer als der Mittelwert. Und wenn Sie jetzt diesen Mittelwert betrachten, also Phi vom Mittelwert und beim Mittelwert kürzen sich P weg. Es bleibt über die Summe der Q, das ist 1, weil es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Und die Funktion Phi an der Stelle 1 hat den Wert 0. Und deswegen ist die Entropie immer nicht negativ. Und Sie sehen auch, die kann nur 0 werden. Denn die Funktion R log R ist wirklich strittkonvex. Die Gleichheit kann nur gelten, wenn die Verteilung sich in einem Punkt konzentriert. Also Gleichheit kann nur gelten, wenn P gleich Q ist. Also wenn Sie zum Beispiel eine Gleichverteilung sich vorgeben, dann wissen Sie, für jede andere Verteilung ist die Entropie größer. Also Unordnung erzeugt positive Entropie. In physikalischer Sprache mit Minus vorne ist es eben, Sie erreichen das Maximum der Entropie nur für die Gleichverteilung. Das ist dieses einfache Lemma, das wir hier bewiesen haben. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie schnell kommt man ins Gleichgewicht. Also das ist die bekannte Fragestellung in der Stochastik. Sie nehmen an, Sie haben eine Folge von Zufallsverablen, Xi, die irgendwie verteilt sind. Also sagen wir eben auch mit so einem Zufallsvektor P, der jedem Ergebnis eine Wahrscheinlichkeit zuordnet. Die Summe Wahrscheinlichkeiten ist 1. Jede Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht negativ. Also das heißt, wir haben diese Wahrscheinlichkeiten, dass das Ergebnis des Versuchs den Wert X liefert. Und das soll unabhängig von I eben eine Zahl PX sein. Und dann betrachten wir noch die empirischen Verteilungen. Da zählen wir die relativen Häufigkeiten. Also das P quer von N, das zählt einfach, wie oft kommt der Wert X vor. Das ist ein Zufallsobjekt. Also beim Würfeln wäre das PX hier immer ein Sechstel. Und hier rechts kann natürlich alles Mögliche rauskommen. Es kann ziemlich lang dauern, bis Sie endlich mal so viele Punkte haben wie Ihre Frau. Das ist schon, je nachdem, welchen Abend Sie erwischen, sehr unterschiedlich. Also das ist die Frage, ob die relativen Häufigkeiten, die wir hier zählen, mit den Wahrscheinlichkeiten übereinstimmen und was wir dazu sagen können. Was man weiß, das ist ja das bekannte Gesetz der großen Zahlen, der Mittelwert der Ergebnisse konvergiert gegen den Erwartungswert. Das ist das, was man in der Stochastik im ersten Semester lernt. Wann immer man Stochastik lernt, ob das in der Schule ist oder an der Uni. Was man auch weiß, ist, dass nicht nur die relativen Häufigkeiten gegen den Erwartungswert konvergieren, sondern auch, dass die empirischen Verteilungen gegen die empirische Verteilung konvergieren. Da muss man noch ein bisschen präzisieren, welchen Konvergenzbegriffen man hat. Das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Die spannende Frage ist, wie schnell konvergiert es eigentlich? Also wenn Sie jetzt am Abend schon seit zwei Stunden würfeln und wollen wissen, wie lange dauert denn das, bis ich von meinem Mittelwert, der ein Zehntel ist, endlich bis ein Sechstel komme. Wenn Sie beim Würfen im Schnitt eben nur sehr kleine Zahl, Entschuldigung, ein paar Quatsch, Mittelwert beim Würfen ist 3,5. Wenn Sie bei 2,9 landen, wie lange zieht sich das denn noch hin, bis Sie dann irgendwann hochkommen. Und das liefert uns dann eben tatsächlich auch die Entropie. Die Entropie gibt eine Aussage dafür, wie unwahrscheinlich große Abweichungen sind. Wie unwahrscheinlich ist es, dass Sie bei tausendmal Würfeln im Schnitt nur auf 2,9 kommen. Und das ist extrem unwahrscheinlich. Das geht exponentiell gegen Null. Es gibt eine präzise Aussage, diese Wahrscheinlichkeit, dass hier die empirische Verteilung in einer Menge von Wahrscheinlichkeitsverteilungen liegt, die eben nicht das P enthält. Nur dann ist es interessant. Also man stellt sich vor, das Q sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen, zum Beispiel beim Würfeln all die Verteilungen, die Erwartungswert kleiner gleich 3 produzieren. Das sind unwahrscheinliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, geht gegen Null mit einer exponentiellen Rate, e hoch minus n, mal das Infimum der Entropie auf dieser Menge. Das heißt, der kleinste Wert der Entropie auf dieser Menge von Wahrscheinlichkeitsmaßen, zum Beispiel auf allen Wahrscheinlichkeitsmaßen, die Erwartungswert kleiner gleich 3 produzieren, das bestimmt die Rate. Und das kann man ausrechnen. Das gilt für das Würfeln, aber das ist ein Satz, der gilt sozusagen für alles, für jede Wahrscheinlichkeitsverteilung. Sie geben sich eine Folge von Zufallsvariablen vor, Sie können sicher sein, dass die Verteilung exponentiell schnell gegen die richtige Verteilung konvergiert. Die Rate können Sie ausrechnen, und das ist die Boltzmann-Schanon-Entropie, wie wir sie gerade gesehen haben. Und die präzisere Formulierung von diesem in etwa gleich ist tatsächlich, dass Sie auf beiden Seiten den Limes nehmen, Limes inferior oder Limes superior, durch N dividieren und dann N gegen unendlich gehen lassen. Und dann kommt die Entropie raus. Und zwar der kleinste Wert, der auf diese Menge angenommen wird. Wenn diese Menge P selber enthält, dann ist der kleinste Wert natürlich Null. Das haben wir vorher schon gesehen. Das Minimum der Entropie in diesem Setting ist immer Null. Also wenn dieser Wert drin ist, dann ist es auch kein unwahrscheinliches Ereignis. Dann lassen Sie ja zu, dass das Richtige eintritt. Unwahrscheinlich ist etwas, wo das P dann nicht zulässig ist. Und hier schon mal der kleine Exkurs. Wenn wir keine endliche Menge haben oder keine abzählbare, wo wir hier einfach abzählen können, dann müssen wir zu Integralen übergehen. Und aus diesen Quotienten von Q durch P werden dann die Radonykodim-Ableitungen dQ nach dP, die wir hier mit U bezeichnen. Und aus der Summe wird dann Integral. Das ist das Integral U log U dP. Das ist unsere Entropiedefinition im Allgemeinen. Also eigentlich werden wir im Folgenden immer mit dieser Definition arbeiten. Das ist mir jetzt nicht ganz so klar, ob Sie in der Chemie, in der Physik mit Integralen oder Summen arbeiten. Das wäre jetzt hier sozusagen zunächst mal egal. Aber später stehen immer nur noch Summen da. Und man muss ein bisschen überlegen, wenn es keine Dichte gibt, dann ist die Entropie eben bloß unendlich. Das ist sozusagen tatsächlich eine extreme Abweichung vom Gleichgewicht. Gut, dann schauen wir uns vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Das war sozusagen der Eröffnungsprolog. Das war Entropie im klassischen Setting. Resultate aus dem späten 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert. Und nun machen wir eben den Sprung und gehen bis Ende des 20. Jahrhunderts Entropie jetzt in partiellen Differenzialgleichungen, Entropie in der Analysis, Entropie und Wärmeleitungsgleichung. Und hier fangen wir mit der Wärmeleitungsgleichung an. Das erfordert natürlich ein bisschen Begrifflichkeit. Also was verstehen die Mathematik, was verstehen die Mathematiker unter der Wärmeleitungsgleichung? Das ist diese partielle Differenzialgleichung, die die Ausbreitung der Wärme beschreibt, in der Tat. Aber für die Mathematiker ist das natürlich nicht nur die Wärme, sondern die können damit genauso die Schröner-Gleichung meinen und was auch immer. Das ist die fundamentale partielle Differenzialgleichung im parapolischen Kontext, also mit Zeitabhängigkeit. Dieses Dreieck ist der Laplace-Operator, das ist die Summe der zweiten Ableitung in den räumlichen Variablen. Und ich schreibe die Funktion, die Argumente jetzt meistens hier in dem Vortrag so, dass ich das x als Argument nehme und das t als Index. Das ist einfach dann ökonomischer später, weil ich das x dann meistens weglasse, aber das t dabei haben möchte, oft. Also die Wärmeleitungsgleichung ist diese partielle Differenzialgleichung. Das Prototyp von Lösung der Wärmeleitungsgleichung erhalten Sie, wenn Sie irgendeine Anfangsverteilung nehmen und mit dem Gausskern falten. Das ist die sogenannte Fundamentallösung der Wärmeleitungsgleichung oder auch der Gausskern mit dem Vorfaktor zusammen. Das selber ist als Funktion, oh, da vorne fehlt ein t. Entschuldigung, da gehört noch ein t rein. Also als Funktion von t, was hier und da auftaucht, und x ist es eine Lösung dieser Gleichung. Und wenn Sie das y dann eben wegintegrieren mit was auch immer, bleibt das immer noch eine Lösung der Wärmeleitungsgleichung. Und ja, was wissen Sie von der Wärmeleitungsgleichung? Wenn Sie nicht negative Anfangsdaten haben, bleibt die immer nicht negativ. Wenn Sie am Anfang als Integral 1 haben, dann bleibt das Integral 1. Also die Wärme kann nicht irgendwie verschwinden in diesem Zustand. Und nun gibt es ein bekanntes Resultat. Das kann man als Version des H-Theorems bezeichnen. Unter dem Wärmefluss nimmt die Entropie nicht zu. Also in unserer Vorzeichenkonvention. Entropie ist nicht wachsend. Und das können wir auch ganz schnell beweisen. Also wenn wir die Zeitableitung der Entropie nehmen, wieder mit der Funktion phi gleich r log r, dann ziehen wir die Zeitableitung nach innen. Wir differenzieren phi, Ableitung von dieser Funktion ist 1 plus log r. Bekommen wir also diesen Ausdruck. Na gut, was ich jetzt nicht im Detail vorführe, die, die es kennen, die wissen das, was man als nächstes macht. Man macht Partei-Integration, bringt also ein Gradient hier auf das phi' von u. Gradient auf 1 gebracht gibt 0. Und Gradient von log gibt dann 1 durch phi mal Gradient von phi. Und dann haben wir hier eben 1 durch u mal Gradient u². Das Minus kommt von der Partient-Integration. Und wir sehen hier ist ein Quadrat und die nicht-negative Funktion, die wir hier haben. Und damit haben wir hier einen Ausdruck, der immer nicht positiv ist. Und damit ist die Entropie eben fallend. Entlang der Wärmeleitungsflüsse. Das ist schön, aber ist natürlich jetzt auch nicht so super aufregend. Man kann sich nun fragen, charakterisiert das jetzt eigentlich auch schon die Wärmeleitungsgleichung? Da sind wir vielleicht auch schon relativ nah dran an dem Gesamtthema dieser Ringvorlesung. Also wenn wir irgendein System haben, kann man die Wärmeleitungsgleichung dadurch charakterisieren, dass die versucht, die Entropie klein zu machen, so schnell wie möglich. Das ist eine Frage, die wurde tatsächlich bis 2000 nicht beantwortet, vielleicht auch nicht mal gestellt. Wenn man das beantworten möchte, dann muss man eben aber eine gewisse Geometrie definieren. Denn wenn sich die Wärme möglichst schnell verkleinert, dann müssen wir messen, wie groß die Abstände sind zwischen zwei Wärmeverteilungen. Wie ist die Richtung? In welche Richtung soll das fließen? Und das erfordert, dass wir eine Geometrie auf dem Raum der Wahrscheinlichkeitsverteilungen haben. Um so einen formalen Ausdruck Sinn zu verleihen, also wir möchten die Zeitableitung und der Wärmeleitung so grob gesagt schreiben, als einen steilsten Abstieg der Entropie mit unserer Vorzeichenkonvention. In der Physik wäre es der steilste Aufstieg. Also was ist der steilste Aufstieg? Was bedeutet diese Gradientenrichtung? In welche Richtung steigt das Ding? Und das erinnert ziemlich stark daran, dass die klassische Interpretation der Wärmeleitungsgleichung bekanntermaßen auch eine Interpretation als Gradientenabstieg der Energie ermöglicht. Also ich wechsle jetzt ganz kurz in eine Richtung, die mit Hilberträumen zu tun hat und die recht bekannt ist. Wir wissen, dass die Wärmeleitungsgleichung charakterisiert werden kann als ein Gradientenfluss der Energie im L2-Raum. Also ich nenne diesen L2-Raum jetzt H und die Energie, das ist das, was Sie als Physiker auch kennen, als Naturwissenschaftler, das ist das Integral von Gradient U² mit dem Gradienten als Funktion so definiert. Sie würden den wahrscheinlich gerne als Spalte schreiben, würde ich vielleicht auch, wenn das nicht so aufwendig wäre hier. Das ist uns in der Mathematik irgendwie aber auch ein bisschen egal. Wir machen das Quadrat und dann ist es einfach gut. Also der Gradient ist ein Vektor, dieser Gradient und hier stellen wir uns sozusagen einen Vektor in diesem Hilbertraum vor. Deswegen mache ich da dieses Symbol H dran. Das ist ein Vektor im Rn und hier oben stellen wir uns vor, das ist ein Vektor im Hilbertraum. Also in welche Richtung möchte dieses U sich entwickeln, damit die Wärme möglichst schnell eben sich verteilt. und die Antwort ist hier, der Vektor ist die Funktion minus Laplace von U. Und auch das kann man relativ schnell beweisen. Ich möchte Ihnen ein bisschen Appetit machen darauf, auf klassische Mathematikvorlesung, Satz, Theorie im Beweis oder Theorie im Beweis und so weiter. Also wie beweisen wir das, wir schauen uns die Richtungsableitung an von dieser Energie. Wir wissen doch gar nicht, ob es irgendeinen Gradienten gibt. Aber wenn es den Gradienten gibt und wir paaren den mit einem anderen Element in unserem unendlich dimensionalen Hilbertraum H, dann können wir das als Richtungsableitung schreiben. Das heißt, als die Ableitung von U variiert in Richtung V. Und wenn wir U in Richtung V variieren, wenn wir hier reingehen und das explizit machen und nach T differenzieren, dann stellen wir fest, das ist das Skalarprodukt von Grad U und Grad V. Das kann man nachrechnen, das geht relativ schnell. Einfach dieses Quadrat ausquadrieren und dann sehen Sie, da kommen Terme vor ganz ohne T, die fallen weg beim Ableiten. Da gibt es einen Term mit einem T und da gibt es einen Term mit T Quadrat. Und bleibt nur der Term übrig mit einem T und das ist genau dieser. Und der hat den Vorfaktor 2, der sich mit diesem 1,5 wegkürzt. Und jetzt machen wir wieder partielle Integration. Da haben wir hier minus Laplace U mal V und das ist genau unser Skalarprodukt in diesem Hilbertraum. Einfach Funktionen multiplizieren und integrieren. Und damit haben wir als Gradient der Energie den Laplace von U identifiziert. Und damit diese Formel hier bewiesen. Das ist was, was man eben aber seit den Tagen von Hilbert schon kennt. Hilbert-Räume. Ob der es so geschrieben hat, will ich nicht behaupten. Aber das ist eben auch sozusagen frühes 20. Jahrhundert, was wir hier kurz machen. Die Frage ist, können wir das auch mit der Entropie machen? Das ist jetzt ein komplett anderes Bild. Also wir haben die Wärmeleitungsgleichung einerseits als Gradientenfluss der Energie. Das kennen wir schon seit fast 100 Jahren. Und nun ist die Frage, ist es auch ein Gradientenfluss der Entropie? Und das ist in der Tat möglich. Und es geht zurück auf einen Ansatz unseres Kollegen Felix Otto, der hier in Bonn in den entscheidenden Jahren um 2000 herum und danach gewirkt hat. Also die Idee von Felix Otto war, dass man die Entropie tatsächlich als Funktion auf dem Raum der Wahrscheinlichkeitsverteilung betrachten sollte. Und dass man als Abstand dazu die Kantorowitsch-Rubinstein-Metrik aus der Theorie der optimalen Transporte verwenden muss. Und dann kann man das hier wirklich rigoros definieren. Und das will ich Ihnen ein bisschen vorführen, bevor ich dazu einsteige. Aber nun auch noch mal ein bisschen Exkurs in die Theorie des optimalen Massentransports. Also jetzt auch wieder Break. Wir switchen mal in ein anderes mathematisches Gebiet und versuchen dann später zurückzukommen. Aber zunächst ist hier wirklich diese spannende Frage, lässt sich da so eine Geometrie definieren, die bisher eben nicht untersucht war, mit der wir ein ganz neues mathematisches Bild auch bekommen von diesen partiellen Differenzialgleichungen. Ja, optimaler Transport. Ganz kurz, worum geht es jetzt? Das hat jetzt zunächst absolut nichts mit Entropie zu tun, auch nichts mit partiellen Differenzialgleichungen. Das ist eine Frage, die auf Monsch zurückgeht. Wenn wir zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Müh und Nüh haben, klassisches Bild, irgendwo ist ein Haufen Sand, irgendwo ist eine Baukurve und der Sand muss in die Baukurve oder Sie haben Brauereien und Sie haben Bierzelte und das eine Produkt muss eben zum Konsumenten. Es gibt nicht nur eine Brauerei, es gibt Dutzend Brauereien, es gibt Hunderte von Restaurants. Wie minimiert man Transportkosten? Und die Formulierung ist natürlich auch damals nicht exakt so gewesen, wie wir es jetzt formulieren würden. Wir würden jetzt sagen, wir suchen eine Abbildung, die die eine Verteilung auf die andere abbildet. Mit einer Bildmaßkonstruktion würde man in der Mathematik sagen. Das heißt, das Bildmaß bekommt man, indem man die Inversifunktion hier einsetzt und das entsprechend auswertet. Also Sie ziehen das einfach vom Integrator in den Integranten rein, das F. Und was Sie messen wollen, ist der Abstand zwischen dem Produzenten und dem Konsumenten. Das F ist eine Abbildung, die die Verteilung der Produzenten auf die Verteilung der Konsumenten abbildet. Und Sie wollen einfach den LP-Abstand messen, den Sie brauchen, um das Produkt vom Erzeuger zum Verbraucher zu bringen. Das ist ein relativ kompliziertes Problem. Und insbesondere hat Morsch damals das natürlich für P gleich 1 versucht. Das scheint zunächst mal das Nettere zu sein, ist aber tatsächlich das Schlechteste, was man machen kann. Man sollte mit P gleich 2 anfangen und dann vielleicht P-Strick zwischen 1 und unendlich. P gleich 1 ist auch relativ spät wirklich rigoros gelöst worden. Hat aber weitere Probleme. Also, ja, wenn zum Beispiel es nur einen Produzenten gibt, dann gibt es da gar keine Lösung. Wenn nur an einem Punkt produziert wird, dann gibt es keine Abbildung, die das an alle Konsumenten bringt. Denn von einem Punkt können Sie eben nur so einen Punkt abbringen. Also, was Sie machen müssen, Sie müssen in der Lage sein, wirklich so eine Verteilmatrix zu konstruieren, sodass ein Produzent alle Konsumenten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit beliefert. Und das ist ein Ansatz, den Kantowitsch unabhängig davon verfolgt hat. Unabhängig aber natürlich auch viel, viel später. Aber er wusste zunächst gar nichts von dem Morsch-Problem. Da ist ein ähnliches Problem. Man hat zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und hier ist nun die Frage, ein Maß auf dem Produktraum zu finden, dessen Marginalien die gegebenen Maße sind. Also, wenn Sie die x-Variable rausintegrieren, dann bekommen Sie das µ. Und wenn Sie die y-Variablen rausintegrieren, also wenn Sie projizieren auf die x-Achse, dann bekommen Sie das Maß µ. Und das ist, wenn Sie eine Matrix haben, wenn Sie eine doppeltstochastische Matrix haben, dann heißt das, Zeilensummen ist 1, Spaltensummen sind 1. Hier würden wir wollen, dass die Spaltensummen µ ergeben, oder p in unserem ursprünglichen Bild, und die Zeilensummen geben das q. Also das wäre dann so eine Kopplung von zwei Wahrscheinlichkeitsmaßen. Und für so eine Kopplung rechnen wir auch die Transportkosten aus. Also das ist dann sozusagen eine Vorschrift wie Produzenten und Konsumenten gepaart werden. Und wir rechnen dann auch aus, wie groß sind die mittleren Kosten für den Transport von x nach y, wenn wir die Kosten mit x-y hoch p eben in Rechnung stellen. Ja, langer Rede, kurzer Sinn. Tatsächlich kann man zeigen, und das wurde dann aber relativ spät erst gezeigt, dass die beiden Probleme in den Fällen, die uns interessieren, identisch sind. Also das ist ein Resultat, das auf Nordsmiff, Rüschendorf im Wesentlichen und Prenier zurückgeht, in der finalen Form dann um 1990 gezeigt, nämlich zumindest für Exponent p gleich 2. Und wenn die Verteilungen wirklich Dichten haben bezüglich des Lebesgue-Maßes, dann sind beide Probleme, führen beide Probleme zur selben Lösung. Und zwar gibt es eine optimale Kopplung q, es gibt eine optimale Transportabbildung, und diese Transportabbildung ist in der Tat dann gegeben als Gradient einer konvexen Funktion. Das Letztere ist wirklich auch relevant und ist eine wichtige Information. Manche von Ihnen kennen vielleicht noch die Aussage, dass Sie jede Wahrscheinlichkeitsverteilung als Bildmaß der Inversen, der kumulativen Verteilungsfunktion schreiben können. Und ja, was sind Gradienten von konvexen Funktionen im Eindimensionalen? Im Eindimensionalen sind Gradienten von konvexen Funktionen einfach wachsende Funktionen. Im Eindimensionalen sagt es einfach, es gibt eine wachsende Funktion, mit der Sie das eine Maß aufs andere abbilden können. Also das heißt einfach, Sie strecken und stauchen den Raum und dann, das ist die optimale Transporttechnik. Im Mehrdimensionalen ist das eben auch Konvexität, die Sie hier brauchen. Und das hat aber dann eben auch weitergehende Bedeutung, dass Sie das auch im Riemannschen Fall bekommen. Ich muss hier vielleicht ganz kurz mal diese eine Erklärung machen für diese Notation. Wenn wir also das hier, ein Symbol dieser Art verwenden im Riemannschen Fall, dann ist das nicht die klassische Exponentialabbildung, sondern in der Riemannschen Geometrie bezeichnet das eben als Funktion von T, die geodätische, die in X startet und in Richtung Grad Phi geht. Also im Euclidischen ist das tatsächlich das, was sozusagen die Linearisierung der Exponentialabbildung ergibt. Sie starten in X und gehen in Richtung Grad Phi. Im Riemannschen Fall sollten Sie sich einfach die geodätische vorstellen, die hier startet, in Richtung Grad Phi geht und dann folgen Sie dieser geodätischen. Das ist mit diesem Symbol gemeint. Das ist eben leider so in der Mathematik eingebürgert. Das ist nicht die E-Funktion mit 2,718 hoch irgendwas, sondern das ist die Lösung einer Differenzialgleichung, die man sich hier so vorstellen darf. Und dieses Transportproblem muss man sich nun so vorstellen, wenn wir hier eine Anfangsverteilung haben und hier eine Endverteilung, dann wird die Masse in diesem Monsch-Kantoritsch-Problem transportiert längst geodätischer, also längst kürzester Kurven in dem zugrunde liegenden Raum. Das kann natürlich dann auch zu Unstetigkeiten führen, also wenn diese Endverteilung dann in zweitesjunkten Regionen liegt, dann gibt es hier sicherlich zu Beginn auch eine Diskontinuität, denn die Teilchen müssen sich überlegen, gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts. Und trotzdem ist die Aussage, es gibt eine eindeutige Lösung. Und wenn Sie eben den Weg halb zurücklegen, wenn Sie T gleich 1,5 hier einsetzen, dann bekommen Sie auch ein Maß, das ist einfach dieses Push-Forward mit der Abbildung F 1,5 und das produziert die Mittelpunkte. Und an diesem Bild will ich auch nochmal klar machen, die Geometrie, die wir hier bekommen, ist eine andere als die Konvexkombination von Maßen. Konvexkombination von Maßen heißt, wenn ich hier ein Maß habe und da ein anderes, dann ist die Konvexkombination, dass ich davon einen Anteil nehme und den anderen Anteil von da. Also ich starte sozusagen mit der Verteilung und dann ändere ich das. Hier ist es so, ich starte da und dann schiebe ich das darüber. Das ist eine ganz andere Mittelwertbildung von Maßen. McCann hat es auch Displacement-Konvexity genannt, was hier dann verwendet wird. Also wir bilden Mittelwerte von Maßen durch verschiebene Massen, nicht einfach durch aufsummieren. Okay. Lassen Sie mich das dann ein bisschen, na gut, ein ganz kürzes. Also was wir damit bekommen, dann durch diese grundlegenden Ideen von Felix Otto, ist, dass wir auf dem Raum der Wahrscheinlichkeitsmaße auf diese Weise eine Riemannsche Struktur definieren. Also wer sich an seine Mathematikvorlesung erinnert noch, also da gibt es dann eine Riemannsche Struktur auf diesem unendlich dimensionalen Raum. Es gibt dann Tangrizalraum, das sind dann eben diese Gradienten von konvexen Funktionen, die geben die Richtung vor, in der transportiert wird. Und es gibt den Riemannschen Tensor, das ist dann das Integral von diesen Gradienten von Funktionen oder von Vektorfeldern allgemein. Und die Exponentialabbildung ist in dieser Form. Und nun, wenn wir wissen, auf diesem Raum der Wahrscheinlichkeitsmaße gibt es eine Riemannsche Struktur, dann können wir uns natürlich tatsächlich fragen, können wir auch Funktionen differenzieren. Und das einfachste Funktional auf dem Raum der Wahrscheinlichkeitsmaße ist, dass man ein vorgegebenes Potenzial integriert. Also wir haben eine Funktion V und für jede Wahrscheinlichkeitsverteilung nehmen wir einfach das Integral. Also dieses V wird später auch nochmal auftauchen, dass es dann so etwas, auch Confinement Potential heißt. Also das ist dieses Potenzial, was ein System eben versucht, auch ins Minimum zu drücken. Okay, können wir von dieser Funktion einen Gradienten ausrechnen? Das habe ich hier ein bisschen vorexerziert. Also wir haben dieses Funktional. Wir rechnen das aus mit dieser Transportabbildung an der Stelle FT in Bezug auf das Startmaß. Und wenn wir jetzt wieder dieses Spielchen machen mit Richtungsableitungen, dann stellen wir fest, in diese Richtung, in die wir gehen, also in die Richtung Phi, bekommen wir Grad Phi mal Kurs Phi. Und wenn das unser Skalarprodukt ist in dieser Riemannschen Struktur, dann haben wir also den Gradienten von diesem Funktional als Gradient dieses Potenzials identifiziert. Und das ist jetzt unabhängig davon, an welchem Punkt in diesem Raum der Wahrscheinlichkeitsmaße wir sind. Spannender ist, und das ist wirklich dann das Zentrale, die Entropie zu betrachten als Funktion auf den Wahrscheinlichkeitsmaßen. Hier kann man nun auch versuchen, den Gradienten auszurechnen. Das will ich aber jetzt ein bisschen abkürzen. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn man diese Rechnung durchführt, stellen wir fest, der Wassersteingradient, also diesen Raum nennt man dann auch Wassersteingradient, der Wassersteingradient der Entropie in der Stelle am Punkt µ0 ist der Gradient des Logarithmus der Dichte. Und wenn wir das haben, dann können wir den nächsten Schritt machen. Wir können diesen Satz von Otto und Co-Autoren beweisen, nämlich die Wärmeleitungsgleichung ist genau dann erfüllt, wenn diese Funktion Rho T eine Dichte ist von Maßen, die selber diese Gradientenflussgleichung erfüllen. Also formal wechseln wir jetzt von Funktionen zu Wahrscheinlichkeitsmaßen. Das muss sich jetzt nicht weiter groß bekümmern. Wenn wir immer auf dem Rn bleiben, dann können wir sowieso davon ausgehen, dass das alles die Dichten bezüglich des Lebesgue-Maßes sind. Und dann können Sie M sich als Lebesgue-Maß vorstellen. Und dann ist es einfach die relative Entropie auf dem euclidischen Raum. Und auch hier kann man diese Aussage relativ schnell verifizieren, wenn man eben verwendet, dass wir bereits den Gradienten der Entropie identifiziert haben und dass wir bereits wissen, dass die... Nee, das ist ja... Entschuldigung, das wollen wir zeigen. Achso, doch, wenn wir das annehmen, so ist die Idee hier. Wenn wir das annehmen, wollen wir zeigen, dass das Rho die Wärmeleitungsgleichung erfüllt. Aber ich glaube, das überspringe ich jetzt. Ich habe Ihnen schon relativ viel Beweise zugemutet. Was an diesem Konzept nun interessant ist, Sie können das relativ umgehend erweitern und nicht nur Gradientenflüsse der Entropie betrachten, sondern Sie können die Entropie mit diesem Funktional, was ich zuvor schon vorgestellt hatte, nämlich dem Integral dieses Confinement-Potentials, verbinden und Sie können des Weiteren ein Interaktionspotential ins Spiel bringen und dann das Interaktionspotential eben mit zwei Kopien dieser Dichte aufintegrieren. Das ist dann sozusagen mit naiver physikalischer Interpretation sofort schon klar. Also hier haben wir so etwas wie eine interne Energie. Hier haben wir eine Energie, die aus einem globalen Potential her rührt. Stellen Sie sich ein quadratisches Potential vor, das verhindert, dass Ihre Dichte da noch unendlich verschwindet und hier stellen wir uns ein Interaktionspotential vor, das jetzt zur Vereinfachung vielleicht mal keine Singularitäten haben soll, aber im Grunde kann das natürlich auch das klassische Interaktionspotential eben aus der Molekülphysik sein. Unter der Annahme, dass das jetzt eben tatsächlich glatt ist, kann man dann zeigen mit denselben Argumenten wie eben, wenn man die ein bisschen rigoroser macht, dass ein Gradientenfluss von diesem Funktional im Raum der Wahrscheinlichkeitsmaße genau dann eben vorhanden ist, wenn diese Maße sich schreiben lassen mit Dichten und die Dichten diese McKean-Flaser-Focker-Planck-Gleichung erfüllen. Also Sie sehen, der erste Term, der führt hier zu einem Laplace-Anteil, hier dieses Potential führt zu einem Driftanteil, was der Focker-Planck-Gleichung entspricht, dieser Interaktionsterm führt zu einer McKean-Flasov-Interaktion, die wir hier noch dazu bekommen. Und was Sie auch sehen oder sehen können, oder was ich Ihnen zumindest mitteilen kann, ist, dass dieses Konzept dann eben den entscheidenden Vorteil auch hat, dass es sowohl Sinn macht, das zu betrachten für Maße, die Dichten haben. Und dann kommen wir zu dieser PDE, zu dieser Partial-Differenzial-Gleichung, die ich genannt hatte. Aber das, was hier oben steht, macht auch Sinn, wenn die Maße aus Dirac-Massen bestehen, also wenn das Summe von Diracs sind. Und dann kann man relativ schnell auch zeigen, dass das hier, wenn Sie N-Partikel hier haben, wenn das µ also aus N-Partikeln mit Masse 1 durch N besteht, dass dann die Lösungen, die gerade N-Fußgleichung hiervon, übereinstimmen mit den Lösungen der stochastischen interagierten Partikelsysteme. Also Sie haben N-Partikel, jedes davon bewegt sich mit einer braunischen Bewegung, ein bisschen reskaliert wegen der Skalierung, die man in verschiedenen Teilgebieten der Mathematik unterschiedlich wählt, ein Driffterm, der von diesem Potenzial V herkommt und dann eben hier wieder das Interaktionspotenzial, was die Partikel dann untereinander koppelt. Und was hier auch dann klar ist, wenn Sie das darstellen können, diese nicht-lineare partielle Differenzial-Gleichung, wenn Sie die darstellen können als Gradientenfluss der Entropie, dann ist auch klar, dass die Konvexität dieses Funktionales hier oben Ihnen Rückschlüsse erlaubt auf Equilibration Rates. Also die Frage, wie schnell geht so ein System ins Gleichgewicht, hat dann offensichtlich mit Konvexitätseigenschaften zu tun. Gradientenfluss fließt schnell nach unten, wenn das Potenzial sehr konvex ist. Und das ist dann die nächste Frage, die sich stellt, können wir irgendwas über Konvexität sagen von diesen Funktionalen? Und das ist tatsächlich ein fundamentales Resultat von Robert McCann. Die Boltzmann-Entropie oder Boltzmann-Entropie-Funktional ist konvex. Und zwar konvex eben in dieser Displacement-Convexity. Also nicht konvex für diese lineare Kombination von Massen, sondern für das Verschieben von Massen. Und auch das ist ein Satz, der jetzt nicht allzu schwer ist, aber der eben auch erst vor nicht allzu langer Zeit gefunden wurde. Und was eines dieser Startsignale war, zusammen mit den Überlegungen von Felix Otto, dass man eben Entropie als konvexe Funktion in der Wassersteingeometrie nachweist. Das ist eine Rechnung, die kann man hier relativ direkt nachvollziehen. Wir hatten das schon in etwa gesehen, durch diese Transformationseigenschaft erscheint dann hier der Logarithmus der Funktionaldeterminante dieser Transportmatrix, dieser Transportabbildung. Und wenn man das ein bisschen sich anguckt und zweimal differenziert, ich habe das jetzt zur Vereinfachung einfach mal Zirgonalmatrix angeschrieben, dann sehen Sie relativ schnell, dass hier eine negative Summe von Quadraten auftaucht. und damit haben wir mit diesem zusätzlichen Minus, was hier steht, die Konvexität gezeigt. Auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten ist das tatsächlich dann eine Charakterisierung von Krümmung. Also die Konvexität der Entropie charakterisiert die Krümmung. Das ist ein Resultat, mit dem von Renesse und ich dann hier in das Spiel eingestiegen sind. Also wenn wir dasselbe Resultat haben möchten, das McCann auf dem euclidischen Raum gezeigt hat, und wir wollen also die Konvexität der Boltzmann-Entropie oder K-Konvexität, K-Konvexität heißt einfach, es gibt einen quadratischen Korrekturterm, anschaulich gesprochen. Zweite Ableitung ist eben dann nicht größer als Null, sondern größer als K. Und das ist äquivalent zur unteren Abschätzung für die Ritchie-Krümmung. Also typisches Beispiel, nehmen Sie die Sphäre. Sphäre ist der Prototyp eines Raumes mit positiver Krümmung. Und da ist die Behauptung, auf einem solchen Raum ist die Entropie sogar besser als Konvex. Wir haben K-Kümmung plus 1, Entropie ist also, also die zweite Ableitung der Entropie sollte dann 1 sein. Und wir können uns das zumindest intuitiv schnell überlegen, wenn Sie eine Massenverteilung hier haben und dieselbe Verteilung, also Gleichverteilung in einer Kugel hier und eine da, und Sie transportieren die Massen und dann wird die Masse auf der halben Strecke eben sich verteilen auf einer Menge, die größer ist. Das macht die positive Krümmung aus. Da haben Sie einfach mehr Raum. Die Menge der Zwischenpunkte ist größer und wenn Sie mehr Platz haben, dann kann sich eine Wahrscheinlichkeitsdichte besser verteilen und mit meiner Vorzeichenkonvention ist die Entropie dann kleiner. Das heißt, die Entropie sieht so aus. Und das ist die Einskonvexität der Entropie. Die zweite Ableitung ist größer und das ist eine Charakterisierung von Ritsche-Krümmung. Ja gut, was ist Ritsche-Krümmung? Da werde ich natürlich jetzt nicht einsteigen. Ich sage Ihnen ganz kurz, das ist also die Summe der Schnittkrümmung. Schnittkrümmung ist, wenn Sie zwei Vektoren haben, Sie geben einen Vektor vor und den anderen, dann können Sie hier eine Ebene reinlegen. Und wenn diese Ebene positiv oder negativ gekrümmt ist, das ist eben die Schnittkrümmung in dieser Ebene. Und Ritsche-Krümmung ist definiert wie folgt, Sie halten einen Vektor fest und bilden die Summe über all die Schnittkrümmung. Und das ist tatsächlich das Objekt, was in der Analysis, in der Stochastik, in der Spektraltheorie relevant ist. Also alles, was mit dem LaBlas-Operator zu tun hat, hat auch mit Ritsche-Krümmung zu tun. Ein LaBlas-Operator ist auch ein Trace von irgendwas, Trace von der Hesse-Matrix und Ritsche-Krümmung ist Trace von der Schnittkrümmung. Und wann immer Sie spannende Resultate über braunische Bewegung, über Eigenwerte, über Isoperimetrie auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten haben, dann erfordern diese Resultate untere Schranken für die Ritsche-Krümmung. Und weitergehend ist eben eine berühmte Beobachtung von Kromhoff aus dem 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts, dass der Raum der Riemannschen Mannigfaltigkeiten mit Unterschranke für die Ritsche-Krümmung, mit Schranke für die Dimension und den Durchmesser präkompakt ist. Also das heißt, ja, das ist sozusagen ein sehr schöner Raum. Allerdings sind die Limiten eben nicht notwendigerweise solche Objekte. Sie können von den Kosche-Folgen sprechen und so weiter, aber das ist nicht mehr notwendigerweise eine Mannigfaltigkeit. ja, Kromhoff hat damals schon vorgeschlagen, dass das richtige Konzept ist, ein sogenanntes ein sogenanntes metrischer Maßraum. Also statt Mannigfaltigkeit nimmt man einfach ein X, einen metrischen Raum. Und dann muss man noch die Abstandsfunktion kennen und muss das Maß kennen. Also typische metrische Maßräume sind einfach Oberfläche von diesem Raum hier. Wenn Sie Verzweigungen haben, wenn Sie Irregularitäten haben, also wenn Sie Achso, der will gar nicht aus dem Bildschirm raus, na gut. Dann kann ich Ihnen nicht die Ecken mit positiver und negativer Krümmung und Verzweigungen zeigen, aber ich glaube, das ist klar, wenn Sie einfach physikalisch die Oberfläche nehmen, dann ist das keine glatte Mannigfaltigkeit mehr, aber Sie können natürlich auch Fraktale sich vorstellen, Sie können sich unendlich dimensionale Räume vorstellen, Konfigurationsräume, Pfadräume und dergleichen mehr. Und in vielen dieser Räume macht Ritsche-Krümmung auch noch Sinn, unendlich dimensional, singulär und so weiter. Was eben trotzdem nicht klar war, wie soll man Ritsche definieren, wenn man nicht differenzieren kann. Das war sozusagen die Frage, die seit Kromhoffs Beobachtungen vor 40 Jahren dann im Raum stand. Es gab ein Konzept für Schnittkrümmung, das geht auf Alexandrov zurück, aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Für Ritsche-Krümmung gab es eben lange Jahre keine Definition und was Lott und Vilani und ich selbst im Wesentlichen zeitgleich und unabhängig dann festgestellt hatten, diese Charakterisierung über die Entropie, die braucht ja keine Glattheit. Also wenn ich Entropie definieren will, brauche ich eigentlich gar nichts. Das ist ein Integral von Dichten, da muss ich nur integrieren können. Und für Konvexität, gut, ich kann natürlich sagen, das ist zweite Ableitung irgendwas, aber ich habe immer diese Konvexitätsungleichung, Mittelwert ist kleiner als Konvexkombination der Endpunkte. Und das hat eben dazu geführt, dass wir dann folgende Definition in den Raum stellen konnten, ein metrischer Maßraum hat Krümmung größer gleich K in diesem Sinn, wir nennen das Curvature Dimension Condition, falls die Entropie K-Konvexes. Und wiederum mit der Polzmann-Entropie Funktional und der Kantorowitsch-Wasserstein-Metrik, die aus der Theorie der optimalen Transporte kommt. Und was kann man damit tun? Na gut, zunächst kann man sie natürlich noch modifizieren, man kann auch die Dimensionen ins Spiel bringen. Ich will die Kombination aus K und N jetzt nicht vorstellen, das ist eine etwas kompliziertere Formel, da sind tatsächlich auch Lott und Villani daran gescheitert, aber die zwei einfachen Fälle sind K und unendliche Dimension oder K gleich Null, also Null Dimension, Entschuldigung, Kümung Null und ähnliche Dimension und für ähnliche Dimension wählt man statt der Polzmann-Entropie dieses Rheni-Entropie-Funktional, in der diese Dimensionsparameter eingeht und wenn Sie das überlegen, jetzt für eine Gleichverteilung auf eine Menge, dann ist das die Entewurzel des Volumens und das macht natürlich physikalisch auch Sinn, die Entewurzel des Volumens hat die Dimension einer Länge und das ist dann eben sozusagen in Analogie zu dem, was Alexandrov gemacht hat, er hat Schnittkürmung über Konvexität von Abständen definiert und hier haben wir die Entewurzel des Volumens und das ist in etwa auch ein Trace der Längen von solchen Würfeln oder was auch immer, also das ist insofern auch gut motiviert, also die Alexandrovscher-Definition von nicht negative Schnittkürmung heißt, wenn Sie hier aus einem Punkt herausgehen und zwei Geodätische rauslaufen lassen, dann sind diese fortlaufenden Abstände konkrav und was wir hier betrachten, sind die Volumina von irgendwelchen Objekten, die wir in den Punkt kontrahieren. Was können wir damit machen? Nun gut, wir können damit zum Beispiel Volumenwachstumsabschätzung machen, so wie man das in der Riemannschen Geometrie kennt, Bishop-Kromov, wir können den Abstand, Entschuldigung, den Durchmesser eines solchen Raumes abschätzen, zumindest wenn wir positive Krümmung und ähnliche Dimension haben, also so wie man das bei einer Sphäre machen würde, bei einer Sphäre wäre K gleich N-1 und dann kommt als Durchmesser Pi einfach raus und wenn Sie eine skalierte Sphäre haben, kommt natürlich eben Pi mal R raus und das gilt ganz allgemein und was vielleicht dann eben auch in Bereichen außerhalb der Mathematik noch viel bedeutsamer ist, Sie können die Spektrallücke abschätzen, das ist also, wenn Sie positives K haben, das ist der erste nicht-triviale Eigenwert und der gibt Ihnen auch dann wieder an, die Rate mit der ein System ins Gleichgewicht geht. Also dann dieses Lambda 1, das gibt Ihnen an, wie ein System E hoch minus Lambda 1 mal T ins Gleichgewicht geht und das können Sie dann auch auf Systeme anwenden, die eben beispielsweise aus Partikelsystemen oder dergleichen generiert werden und was Sie bekommen bekommen ist, wenn Sie nicht nur die Frage haben, wie schnell geht es ins Gleichgewicht, sondern wie schnell laufen zwei solche Gradientenflusskurven zusammen, dann ist das nicht überraschend, dass das mit der Rate K eben auch ins Gleichgewicht geht, wobei K eben die Kürmungsschranke darstellt. Irgendwie gibt es nicht mal eine Seite, wo draufsteht, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, die habe ich offensichtlich vergessen, die Seite, das muss ich jetzt einfach akustisch nur weiter sagen, also das ist das Ende meines Vortrags, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen interessanten Vortrag, gibt es Fragen? Wie immer. Sie haben alles verstanden. Ich gehe mal davon aus, wenn Sie keine Fragen haben, oder wissen Sie nicht, wo Sie anfangen sollen. Also Fragen jeglicher Art können gestellt werden. Es war als ein Querbeet-Vortrag gedacht, der verschiedene Bereiche anschneidet. Eine Frage, die ich hatte vielleicht gleich bei Ihrem Funktional, was Sie da hingeschrieben hatten, da gab es diesen W-Term. Ja. Und ein bisschen länger her schon. den hier. Und in der stochastischen Gleichung, da haben Sie dann diese Wechselwirkung zwischen den Koordinaten. Das ist dasselbe Term. Kann man diese Gleichung entkoppeln? Also durch eine weitere stochastische Variable? Entkoppeln kann man sie nicht. Das ist ein gekoppeltes System. Das wird erst linear für, nein, linear wird es auch nicht, aber sozusagen mit einem Setting können Sie das erst machen, wenn Sie zu unendlich vielen Teilchen übergehen, dann haben Sie diese dichte U. Also wenn Sie unendlich viele Teilchen haben und bedachten, die empirische Verteilung, das wird dann dieses U, was in der Patientendifferenz gleich entsteht. Meine Frage war eigentlich einfach, ob Sie noch eine weitere Variable einführen können und dann ausintegrieren. Und dann dieses Reproduzieren Was man machen kann ist folgendes, man kann statt dieser Summe über die XJ tatsächlich, das ist dann Propagation of Cars, Sie können die Verteilung des Systems nehmen als eine Variable und dann ist es die Interaktion von dem einen Teilchen mit dem Gesamtsystem. Und dann ist die Aussage Propagation of Cars, das konvergiert dann gegen die stochastische Differenzialgleichung, die Sie so schreiben können mit einem XI und einem U, was eben zum Beispiel Sie sich von da oben holen. Dann wird es eine Linear Differenzialgleichung. Aber dann ist es trotzdem letztendlich ein bisschen unsportlich. Also das U holen Sie sich ja aus dem Insiderwissen raus. Also wenn Sie wissen, dass dieses Propagation of Cars stattfindet, dann ist für das einzelne Teilchen das Linearisiert. Das ist richtig. Also ich meine diese Debi, die Sie da stehen haben, die sind natürlich Gausch. Ja, Und ich meine meine Frage war zum Beispiel, wie Sie nicht-Gauschen, also wenn Sie nicht-Gausche Verteilung haben wollen, wie Sie das produzieren können. Hier. Ja, genau an der Stelle. Weiß mir jetzt nicht ganz klar, welche Form von Verteilung Sie im Blick haben. Also wenn Sie Colored Noise haben. Okay. Also ob man das in dieses Bild hier oben einbauen kann, das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Also das können Sie mit dem Ne, da will ich jetzt nicht zu sehr spekulieren. Also was man machen kann, aber das führt zu einer anderen Aussage, Sie können statt der Boltzmann-Entropie auch immer eine Reni-Type-Entropie nehmen und bekommen dann hier die poröse Mediengleichung oder Fast Diffusion Equation. Das ist aber was ganz anderes, das hat jetzt mit der und denn dann haben Sie aber keinen linearen Differenzialoperator mehr, also da ist eine direkte stochastische Interpretation noch viel komplizierter. Okay. Gut. Sie haben jetzt ein bisschen Zeit gehabt nachzudenken und Ihre Frage zu stellen. Ja, jetzt gibt's doch Fragen, also Habe ich Ihnen Zeit gewonnen. Gut, wer möchte als Erster? Na ja, danke schön für den Vortrag. Ich hoffe, dass ich da nicht einfach irgendwas falsch verstanden habe. Sie haben am gegen Ende des Vortrags noch ein weiteres Funktional für die Entropie eingeführt und ich glaube, es war ein anderes, als das Sie am Anfang gezeigt haben. Heißt das, dass es dann verschiedene Wollen Sie mal die Maske kurz abnehmen, dann verstehe ich Sie vielleicht besser. Also, falls das okay ist. Also, Sie haben am Ende des Vortrags nochmal ein Funktional für die Entropie eingeführt und ich glaube, es war ein anderes als das, was Sie am Anfang gezeigt haben. Bedeutet das, dass es dann mehrere Definitionen für Entropie gibt oder kann man zeigen, dass diese dann äquivalent sind, je nachdem, in welchem Raum Sie sich gerade bewegen, in welchem Teilbereich? Das ist jetzt, also ich weiß nicht genau, an welchen Punkt meines Vortrags Sie anknüpfen, hier am Anfang irgendwie bei den Anfang hatten Sie ein Funktional für die Entropie definiert und ganz am Ende haben Sie dann am Nebensatz glaube ich, nochmal ein anderes benutzt und die sahen sehr verschieden aus. Ach so, diese Reni-Type, Reni-Entropie. Ja, das ist wirklich ein komplett anderes Objekt. Also außer namentlich haben die erst einmal nichts gemeinsam, ja? Naja, gut, die haben eine Reihe von Eigenschaften gemeinsam. Lassen Sie mich mal schauen, wo wir das haben. Hier. Also hier dieses Funktional. Da ersetzt man eben die Funktionen Rho mal Lok-Rho, also das eine Rho betrachten Sie einfach quasi als gesetzt und wir setzen jetzt den Logarithmus durch eine Potenz. Das ist oft auch eine vernünftige Approximation vom Logarithmus und wenn Sie möchten, können Sie da noch ein bisschen skalieren, dann konvergiert es auch für entgegenunendlich gegen den Logarithmus, also wenn man entsprechende Konvergenzfaktoren hervorschreibt, hat auch die ähnliche Eigenschaften wie die Boltzmann-Entropie, dass man damit eben Verteilungen charakterisieren kann, wenn das Ding ist Null, genau dann, wenn eben im Gleichgewicht, aber zunächst ist es einfach was anderes, ja? Und der Gradientenplus ist eine ganz andere Gleichung dann. Also einfach nur eine Art und Weise, wie man das zu definieren versucht? Ja, ich meine, es stellt sich dann tatsächlich den Mathematikern die Frage und ich hatte ja auch mit Amkose dann eben, als diese ganzen Theorien aufkamen, ja, uns die Frage gestellt, ich erinnere mich noch, dass wir da eine Weile an der Tafel standen und uns wirklich gefragt haben, was ist an der Boltzmann-Gleichung wirklich besonders, ja? Man kann das ja für verschiedene machen, ja? Und es ist tatsächlich hier in diesem Setting so, die Boltzmann-Entropie ist die einzige, deren Gradientenflüsse dann eine lineare Gleichung ergeben, eine lineare Partielle-Differenzial-Gleichung. Und natürlich sowieso die einzigen, die die Wärmeleitungsgleichung ergeben. Jedes andere Entropie- funktional kann auch was Gutes leisten, aber es liefert eben nicht die Wärmeleitungsgleichung. Und dann können Sie sich auch fragen, was ist besonders an dem Laplace-Operator, aber da hat sich die Mathematik zumindest seit 100 Jahren drauf verständigt, der ist schon gut. Also den wollen wir schon lassen. Und da ist die Entropie wirklich sehr eng mit verwandt. Das ist das, was wir sozusagen hier jetzt gelernt haben in den letzten 20 Jahren. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich habe eine Frage zu der Verbindung von Entropie, Energie und Temperatur. In der Physik definieren wir gerne auch mal Temperatur als Ableitung der Energie nach der Entropie. Sie hatten zwischendurch eine Energiefunktion eingeführt. Gibt es in dem Fall auch sowas, eine Interpretation von Temperatur als Ableitung der Entropie in einem ähnlichen Sinne? Also nicht entlang des Pfads, den ich heute beschritten hatte. Also da ist es ja tatsächlich so, wenn man ein bisschen so mit Schule oder Grundstudiumphysik rangeht, verwende ich die Entropie ja eigentlich als sowas wie eine Energie. Ich hatte ja auch die Analogie. Wir nehmen normalerweise die Energie, betrachten Gradientenflüsse und deswegen ist für uns die Entropie auch ganz praktisch mit dem Plus vorne. Dann ist es eben so ein Energiefunktional und wir suchen das Minimum der Energie, indem wir da einfach möglichst schnell runterrutschen. Das ist die Interpretation, die wir da haben. Die andere Interpretation, die kommt etwas wieder ins Spiel, wenn man wenn man auch in diesem Setting große Abweichungen studiert. Also das, was ich gleich zu Beginn gemacht hatte mit dem Satz von Sarnoff. Also da haben wir dann ja noch weitere Parameter. Also da taucht dann zum Beispiel auch ein N auf. Da gibt es dann schon, ja, also Beta in der Physik vielleicht, inverse Temperatur, was auch immer. Und da macht das dann schon Sinn zu überlegen, ob dieser Parameter als die Rolle einer Temperatur spielt. Aber das war ja bei mir nur quasi der Warm-Up Teil. Es gibt diese Resultate über große Abweichungen auch in dem Setting. Da wird es dann, ja, ich muss mal ganz kurz überlegen, ob ich da auf irgendwas Konkreteres eingehen kann. Ja, habe ich jetzt momentan kein Detailresultat. Aber man kann zumindest diese Large Deviation-Geschichten dann auch wieder in in Kombination mit Ritschikum und all diesen Sachen bringen. Sagt einem diese Temperatur irgendwas über das Verhalten dieser Differenzialgleichensweiche zu stationären Punkten oder sowas? Kann ich mir irgendwas unter dieser Temperatur in dem Sinne was vorstellen, was mit den Lösungen passiert? Also ich habe die Frage wahrscheinlich weder akustisch noch inhaltlich komplett verstanden. Also ich meine, was wir hier verwenden, wir wollen ja jetzt hier nicht die Entropie erhalten, wir wollen sie minimieren. Also für uns ist es eher wie ein Lieberponofunktional, dass wir, indem wir möglichst eben in diesem Bild möglichst schnell runterrutschen wollen. Ich weiß nicht, ob ich die Frage besser beantworten kann. Also wir haben natürlich auch Erhaltungsgrößen. Ich meine, tatsächlich ist es so, vielleicht ist das was, wo ich noch kurz darauf eingehen könnte. Wenn Sie zum Beispiel auf diese Frage eingehen, wie ändert sich die Entropie längst entlang des Wärmeflusses? Und den wollen wir ja betrachten. Wir wollen ihn ja dann auch als Gradientenfluss betrachten. Dann sehen wir hier, dass wir die Änderung der Entropie wirklich in einer expliziten Formel erfassen können. Also da sprechen sogar dann die Mathematiker wieder von Entropie Production, auch wenn da ein Minus dort steht. Also das gibt eben an, wie die physikalische Entropie längst dieses Prozesses eben zunimmt. Und die ist quantifiziert. Also Vorteil dieses Kalküls ist dann eben gerade, weil man auch aus allen Differenzierbarkeitsrestriktionen rausgehen kann, dass man Ableitungen, zweite Ableitungen und so weiter von all diesen Funktionalen wirklich zum nächsten Mal formal berechnen kann und in einem weiteren Schritt dann auch rigoros. Okay, vielen Dank. Sie haben ja hauptsächlich jetzt über die Wärmeleitungsgleichung gesprochen. Kann man dasselbe Prinzip auch auf andere partielle Differenzialgleichungen anwenden, konkret zum Beispiel Navier-Stokes? Da sehe ich jetzt wenig Chancen. Also es gibt schon mehr als, also ich meine zum einen hatte ich ein paar Differenzialgleichungen genannt, aber im Wesentlichen ist es das schon, was ich genannt hatte. Ich hatte in Worten dann ja noch genannt, Sie können den Laplace ersetzen durch Porosimiliengleichungen, Fast Diffusion, aber dann ist das Szenario der PDIs, das bisher damit erschlagen werden konnte, schon ziemlich erschöpft. Also man braucht letztendlich, oder das ist einfach so ein Erfahrungswert, man braucht offensichtlich doch relativ viel Strukturen, damit das in so ein Setting reinpasst. Umgekehrt ist halt der Vorteil, wenn man das hier reinpacken kann, dass man all diese Funktionalungleichungen, die man ansonsten kennt, eben in ein schönes geometrisches Setting bringen kann. Also wenn Sie vielleicht, ja also eins, was man, was ich selber irgendwie auch sehr schön finde, ist dann, gibt es hier keine Kreide mehr, doch noch. Okay, also was wir, was wir gerne hätten, eben wenn wir Gradientenflüsse betrachten, das sind Potenziale, die quadratisch sind. Das ist ja eigentlich immer das Schönste. Das heißt, wenn wir wissen, dass S größer ist als irgendein K halbe, sag ich mal mal, Wassersteinabstand zum Quadrat von irgendeinem Maß, dass wir uns als das Gleichgewicht vorstellen möchten, dann ist es schon mal eine ganz nette Aussage und tatsächlich ist das etwas, was in der Mathematik dann auch das Ziel ist, das zu beweisen, dass, wenn man das beweisen kann, spricht man davon, dass man die Callagra-Ungleichung bewiesen hat. Und dann gibt es aber noch eine Reihe von weiteren schönen Abschätzungen, zum Beispiel, dass man Aussagen macht über die Ableitung, was auch immer Ableitung ist, eben Ableitung in diesem Wassersteinzinn. Und da würden Sie sagen, okay, das wäre jetzt vielleicht mal ganz nett, dass die Ableitung linear wächst. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein, das noch zu formulieren, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass man solche Sachen dann beweist. Und ich fange mal hier unten an. Das ist dann die K-Konvexität. Und wir haben gesehen, das ist äquivalent dazu, dass man Krümmungsvoraussetzungen hat. Und wenn man das hier betrachtet, dann entspricht es einer logarithmischen Sovolev-Ungleichung. Und dann ist es natürlich auch klar, einfach von ganz naiver Heuristik, wenn Sie eine Ungleichung zweiter Ordnung haben, dann impliziert es die Ungleichung erster Ordnung und impliziert die Ungleichung nullster Ordnung. Das heißt, das, was ich zuletzt vorgestellt hatte, über Krümmung der Entropie ist die stärkste Aussage, die wir hier reinpacken. Und wir sehen hier relativ mit dem ganz naiven Bild, dass solche Sachen wie logarithmische Sovolev-Ungleichung eben Talagra-Ungleichung implizieren. Und das sind Funktionalumgleichungen, für die die Mathematiker sich interessieren, um zu zeigen, dass solche Systeme exponentiell schnell ins Gleichgewicht konvergieren. Man kann auch natürlich dann, wenn man das gut verstanden hat, sich dann fragen, wenn nicht mehr exponentiell, wenn es kein positives K mehr gibt, können wir zum Beispiel polynomiale Konvergenz zeigen, also solche Borderline-Cases. Das sind so die Fragen, die man behandelt, aber da bieten sich letztendlich nur diese Klasse von Funktionen an, die man eben als solche entropieartigen Funktionale schreiben können. Weitere Fragen? Es war ja öfter die Rede von der Rate, mit der die Systeme oder die betrachteten Systeme ins Gleichgewicht kommen. Und meine Frage wäre, gibt es eigentlich relevante Systeme, die sich weigern, ins Gleichgewicht zu gehen? Die sich? Die sich weigern, ins Gleichgewicht zu kommen. Oder kommen alle mehr oder weniger mit derselben Rate in dieses Gleichgewicht? Nein, natürlich gehen keineswegs alle ins Gleichgewicht. Was ist denn das Charakteristikum, dass sie nicht ins Gleichgewicht kommen? Kann man das generell sagen? Na gut, also hier sieht man natürlich schon ein bisschen, das war jetzt wirklich eine super Heuristik-Sache, die würde ich auch nicht ganz so auf Folien schreiben. Es ist ja anschaulich schon klar, wenn Sie so ein Potenzial haben, was dazwischen so Nebenminima hat, da kann natürlich das auch hängen bleiben, ja. Und das kann hier auch passieren. Also die stärkste Aussage ist einfach die letzte, da ist man immer auf der sicheren Seite. Also wenn man zweite Ableitung abschätzen kann, da kann nichts mehr schief gehen. Bei allen anderen muss man schon etwas genauer hinschauen. Das betrifft jetzt die sozusagen physikalischen Systeme. Geometrisch ist es eben auch recht spannend. Das ist vielleicht eine Brücke, die hätte ich auch erwähnen können. Interessant sind ja auch Systeme, die sich verändern, um sozusagen mehr Gleichgewichtssysteme zu werden. Also konkret würde ich damit sagen, wenn Sie jetzt auch geometrisch sich nochmal vorstellen, irgendeine Mannigfaltigkeit, die hat ein paar so Teile, die nicht ganz so nett ausschauen und statt nur die Wärmeleitungsgleichung zu betrachten und den ganzen Tag darauf zu warten, dass die Entropie konvex wird, wenn sie das nicht ist, können Sie ja auch der Mannigfaltigkeit erlauben, sich zu verändern. Und das ist dann der Ritsche-Fluss. Das heißt, Ritsche-Fluss ist dann eine Evolution der Metrik, der Mannigfaltigkeit, oder überhaupt, ja, der Metrik der Mannigfaltigkeit mit dem Versuch, möglichst rund zu werden. Also vielleicht würde ein Physiker sagen, möglichst großen Eigenwert zu bekommen, möglichst Equilibrium zu sein. Und das kann man tatsächlich auch in diesem Kontext formulieren. Also man kann auch tatsächlich den Ritsche-Fluss charakterisieren, den Ritsche-Fluss, den Perlmann eben verwendet hat, um die Geometrisierungsvermutung zu beweisen, die Poncari-Vermutung zu beweisen und wo eben das erste und einzige Millennium-Problem, das damit gelöst wurde und so weiter. Und man kann den Ritsche-Fluss tatsächlich auch damit charakterisieren, dass in dieser Ungleichung, also da ändert sich ja dann die räumliche Struktur, es gibt immer noch eine Heat-Equation, aber die ist dann so, dass er eben nicht expandiert, aber auch mit keiner positiven Rande kontrahiert. Die ist sozusagen, wenn Sie irgendwo die Heat-Equation starten, dann laufen die Verteilung nicht auseinander, aber die laufen auch nicht mit Exponential-Rate zusammen. Also das ist sozusagen etwas, wo hier K gleich Null steht und wo das System so weit sich verändert, dass es auch nicht schneller kontrahiert. Also das ist wie flach, aber eben nur im asymptotischen Sinn. Das System versucht sich so zu verändern, dass es eben auf Ritsche Null zulaufen möchte. Also das ist dann sozusagen, ja, das sind Krümmungsflüsse, das sind dann geometrische Evolutionsgleichungen, bei denen, also wenn Sie das als, wenn man das als Differenzialgleichungen schreiben, dann ist dort einfach, man hat den metrischen Tensor, also man hat Mannigfaltigkeiten, die zeitabhängige Metriken haben und die Zeitableitung des metrischen Tensors, die ist dann eben auch wiedergegeben durch die Ritsche Krümmung an dieser jeweiligen Stelle. Also hier können jeweils zwei Variablen rein, zwei Tangentialvektoren, die man einsetzt. Also die Ritsche Krümmung bestimmt dann eben auch, wie sich solche Mannigfaltigkeiten verändern und die Grundaussage ist eben, wenn das System die Chance hat, sich zu einer Sphäre zu entwickeln, dann wird sie zu einer Sphäre konvergieren und zwar eben in endlicher Zeit. Kann nicht immer sein, wenn da irgendwie Löcher und Knoten drin sind, dann gibt es Singularitäten, dann trennen sich die Teile zum Teil auch ab und manchmal geht es einfach auch dann nicht mehr weiter. Aber da, wo eine Lösung existieren kann, wird es eben zu einer Sphäre gehen. Wenn zu viel negative Krümmung da ist, dann kann das nicht funktionieren. Ist nicht ganz die Frage vielleicht, aber und das kann dann auch Singularitäten produzieren. Also da hängt es dann halt auch irgendwo her. Das ist so hochgradig nicht linear, da kann man nur unter Kurzzeitexistenz zunächst prognostizieren. An dieser Stelle, ich hatte noch eine Frage zur Definition von dieser Rengi-Intropie, da hatten Sie gesagt, Sie gehen die Dimensionen so, dass es eben eine Länge skaliert. Ist das in allen Räumen so, also wenn Sie den fraktalen Raum nehmen? Ja, also das ist eine rein, das ist unabhängig von der zugrunden Raumstruktur. Das ist einfach so eine Analyseseigenschaft, dass R hoch 1 plus 1 durch R hoch 1 durch N mal N Vorfaktor irgendwas gegen Lockheilmus konvergiert. Ja, also der Teil ist klar, nur Skalierung war die Frage. Ja, also man muss einen Skalierungsfaktor vorne dran stehen haben, den ich jetzt nicht dabei hatte, weil ich das nur für ein fixes N betrachten wollte. Gut. Alle Fragen sind erschöpfend beantwortet worden, denke ich. Dann bleibt uns nichts weiter übrig, als einen Sturm zu danken für diesen schönen Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.